So, immer wieder habe ich diesen Schockmoment und denke, da springt mir gleich was ins Gesicht. Es steht einfach einer um die Ecke. Wo war das jetzt? Da habe ich angefangen, oder? Da habe ich angefangen. Ich habe keine Schuhe. Da habe ich angefangen, genau. Ja, genau. Hier war das ja. Ein bisschen schneller. Boah, leck. Hier werde ich jetzt den Schlaghammer benutzen. Na? Ey, das ist nur Holz. Hier. Ja. Ah. Ah. Let's him herein. Jetzt komm ich rein. Okay. Ach Gott, des Willen. So, erstmal drauf kommen, dass man mit dem Vorschlaghammer Stein schlägt und nicht Holz. Schon mal Kurios. Jetzt noch nach oben, ach die Scheiße. Wir haben noch keine Streckhölzer oder Feuerzeuge gefunden. Today was a very difficult day. Mrs Morgan punishes all. All because of Sophie. The girl doesn't realize what she's doing. She threw one of the ninth keys into the toilet. Okay, mehr haben wir jetzt gar nicht wissen. Prost. Okay. Ein Schüssel liegt im Klo. Jetzt müssen wir mal das Klo finden. Die Schüssel. Nichts drin. Okay, jetzt müssen wir nur noch... Oh, du Arschloch. Oh, du blöder Wixer. Ich hasse euch. Things are getting strange in this place. Oh, ich spritze doch noch. Okay, jetzt müssen wir nur rausfinden, für was... welche Tür der Schlüssel ist. Jetzt ist das Licht wieder aus, ne? Ich gehe mal das Licht nochmal anmachen, gucke, ob es geht. Ich denke, ich denke, ich werde in the dark. Super. Ganz toll. Jetzt bin ich im Dunkeln und... Naja. Schauen wir mal weiter. Hier, das war noch verschlossen. Okay, das bleibt verschlossen. Passt. Jetzt müssen wir jetzt wohl im Dunkeln funkeln. Hier war nix mehr, ne? Hier war nix mehr. Dann ist man, glaube ich, ganz dahinter wieder. Okay, hier war nix mehr. Irgendwo da hinten war noch eine verschlossene Tür. Ich würde sowas niemals machen. So als Polizist alleine irgendwo auf Spurensuche gehen, weißt. Hier war noch verschlossene Tür, genau. Irgendwo alleine auf Spurensuche, vor allem im Dunkeln, weißt. Wo man schon weiß, von den Nachrichten her oder so... Von den Nachrichten her oder so... Oh. Dass das spucken soll, spucken soll. Ach, ich bin so confused. Warum lebe ich in diesem Hölle? Ich verstehe nicht. Alles ist so confused. Es fühlt sich, als ob ich in diesem Ort bin. Diese Mädchen, Sophie, sie sieht so familiar zu mir. Es ist so, dass ich schon etwas in diesem Ort Was sind diese Säulen, die mir zu erzählen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. So. Jetzt kommen sie die Stimme vom Charakter und die Synchronstimme, dass sie einfach mal nicht einheitlich sind. Hier los. So. So. So, das darfst du jetzt nicht. Das ist eine Beine oder... Das ist ja ein zerfetzter Tapet oder sowas. So, das muss ich auch noch kurz jetzt weg. Oder was? Ich drehe mich nicht um. Nein. Ich drehe mich nicht um. Kann ich schneller gehen in der Hocke? Hier, Pentagramme. Vier. Angst. Hier ist Wasser deswegen. Okay, diese... Ach Gott, das sind... Naja, gepasst schon. Ich sage einfach mal nichts dazu. Die Überschlösser an den Käfigen. Happened. Das ist jetzt scared. Oh, das ist die Sünde. Huch. Das weiß aber... Naja. Was drücken. Ich habe was drücken. Das ist ein Pentagramm. Ach. Horrible smell. Da liegt was. Kann man nicht hinhocken im Wasser. Warte, da zeigt ein Pfeil auf den Knopf und ich muss jetzt drücken, oder was? Das war dann auch der General Water Register. Schlüssel habe ich aufgehoben. Okay. Schlüssel für wo? Jetzt gehe ich wieder zurück und irgendwas passiert schon wieder. Und... Nicht um uns am Rücken. Wo ist der General Water Register? Wo ist das Scheißding? ein schlüssel habe ich aufkommen für was ein schlüssel so sicher für die für die komischen schrank ich gehe jetzt mal zurück und ich hoffe einfach mal dass ich dort was finden werde ich gehe mal zurück wo der schrank war weißt du noch da wo die küche da hinter der küche ist das ein schrank gewesen der man nicht öffnen kann und da gehe ich jetzt mal in der der komische kreis mit dem querstrich drin dieser durchgestrichene pokeball wie das aussieht da geht es einfach mal hin und da hat der schlüssel passen müssen irgendwas muss da drin sein im komischen schrank was wichtig ist dass man erst zum zum schluss hin öffnen kann aber gleich spuckt sie da was lang dank weiß nicht mehr da ist die kette kann man mit der kette schlüssel durch die kette aufmachen da brauchen wir ein brecheisen dafür oder sind 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 seitenschneider wieder zurück da muss ich erst mal wieder zurecht finden da haben wir den schlüssel geholt da ist das waterregister jetzt gehen wir mal hier zurück gehen wir mal wieder in die küche rein und so ist der scheiß schlüssel der funktioniert immer noch nicht scheiße ist jetzt aber blöd ne wozu ist dieser drecksschlüssel um ein inventar kann man nachschauen doch door key key with a strange symbol ok also irgendeine tür mit so einem symbol muss es sein drei kreise drei striche hier noch irgendwas hier war nichts mehr oder hier habe ich einen schlüssel geholt erst da war hier noch eine tür hier geht es noch nach oben schauen wir jetzt erst mal ein bisschen um ach das ist doch riesig wieder hier ist wieder mal nix hier ein kochtopf spiegel schrank wo nichts drin ist passt okay also okay